So, hier wollte ich Verteidigung aufbauen, das ist richtig, also bastel ich nichts, weil ich keine Ressourcen habe. Okay, Metalliklaun. Und nach der Munition schauen, ja, das war auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Weil sobald die Sniper-Munition komplett zum Erliegen kommt, was sie bestimmt vor so zwei, drei Folgen ist, sobald die zum Erliegen kommt, können die Gegner halt irgendwann hier einfach durchrasen und alles von innen zerschnetzeln, das wär nicht so schön. Also, bau bitte nochmal davon fünf. Ihr seid alle richtig eingestellt, ja, Schrift rechts. Verteil ich die einfach hier mal so ein bisschen. Jeweils immer mit Kiste, Ärmchen und einem. Schrift links. Die da können weg. Muster, Muster. Mist. Muster. Muster, Muster. Und hier dann auch noch, ja hier ruhig zwei, weil, ne. Das Ding ist, bummens. Aber so geht, glaub ich, gar nicht. Mach lieber... So. Kann man hier die Kiste mittig hinpappen, dann spare ich mir das. Und das ist auch nicht so weit weg, sehr gut. So, fünf ist allerdings ganz schön wenig, fällt mir gerade auf. Mach mal... Wobei, er fordert fünf an, die fünf werden reingelegt, dann ist ein Slot voll. Dann fordert er wieder fünf an, er legt wieder fünf rein, das ist wieder... Das heißt, er hat das komplett voll mit... Wie viel war ein Magazin? Fünf Schuss? Also mit genug Schuss für den Sniper-Turm, das wird auch neu eingeflogen, das sollte okay sein. Aber wenn ich das Ding zu hoch einstelle, dann... kommt das Ganze mit der Produktion nicht hinterher. Also einigermaßen abgesichert hier zumindest der Turm direkt. Da unten müssen auch noch welche hin, es müssen überall welche hin. Aber ich denke, da überlege ich mir lieber ein einheitliches System. Und dem... Weil theoretisch bräuchte ich auch noch eine Mauer drin... Falls mal jemand durch die Doppelmauer durchbrecht... weil ich bin mir ziemlich sicher dass die Doppelmauer nicht halten wird auf lange Sicht. Gerade wenn diese Flächen... Sch... Schadenviecher da kommen. Wenn sie dann kommen, und es ist schon wieder kein Eisen da. Was soll das denn hier... So... Hatte ich angefordert. Ach so... Ja, hatte ich angefordert, aber das ist hier außerhalb des Bereichs. Das hatte ich ja schon mal das Problem, oder? Genau darüber hatte ich gemeckert, dass es hier in dem Bereich das nicht mehr war. Ja, deswegen reißt das mal ab. Bau das da hin und bau mal ein paar mehr von den blauen Kisten. So, bau das da hin und tu das dann so hier rauf. Und du hättest gerne Metall, 100 Stück und kriegst jetzt so hier noch was. Okay, dadurch sollten die Batterien wieder fließen. Schön. Ich wollte aber eigentlich hier hin. Was fehlt hier? Eisen. Das ist ein Wunder. Kupfer hast ein bisschen mehr, ist okay. Ist das im Einflussbereich? Ja, ich kann die beiden Kisten hier zu blauen Kisten machen. Dann forderst du auch mal 100 Eisenplatten an und du mal 100 Kupferplatten. Was ist das? Komisch aussehen, naja, ja. So. Und dann könnte, sollte, dürfte, müsste das hier irgendwie laufen. Ach stimmt, deswegen habe ich das fließbar gemacht. Ich frage mich gerade, warum zur Hölle baust du so ein komisches Ding hier? Aber das war auch wegen dem Einflussbereich, dass der nur bis hier geht. Was wir übrigens auch nicht erhöhen können, richtig? Es gibt kein RoboPort MK2, den Vanilla-Hartkurio. Boah. Fehlt so viel. Ganz schöne, angenehme Sachen, was den Vasenbauern angeht. Alle weg. Oh, das ist AK. Moment mal. 12,7. Die Terminanten waren auch 12,7, die ich da gesetzt habe. Raumschiff, oder? Ich hoffe schon. So. Dich backen wir hier mal hin. Dich backen wir da mal hin. Das Ganze lassen wir hier irgendwie rumlaufen. Ich hatte noch einen Grinder dabei, oder? Ne, habe ich auch schon gesetzt. Ich könnte aber einen bauen. Oder? Ja, wenn ich die Engines hätte, könnte ich noch einen bauen. Ja. Ja, kommt bald. So, so, so. Euch nehme ich mit, um daraus Smartchests zu bauen. Und daraus dann andere Gisten zu bauen. Und ich habe keine Hacke mehr. Ruhig mal ein paar mehr, damit ich nicht antworte, was Neues bauen muss. Weg, 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 weg. Und ich bin da mal stehen. Ah, ist das nicht so schön. Lieb nichts. Also, das auffüllen. Munition ist geregelt. Im Auge behalten, wie ausgelastet die Roboter sind. Versuche Roboter inzwischen durchzubauen. Rote Engines abholen. Das können wir auch jetzt machen. Also ja, es wird langsam knapp, aber es war schon mal knapper. Ja, rote Engines. 23 Stunden. Heißt, es fehlt jetzt... Ah, nee. 21 braucht einer. Das ist eine komische Zahl. Normalerweise sind es immer so ein Fünferblöcken. Also, ja, ich kann den Grinder bauen. Es spricht irgendwas dagegen, den Grinder zu bauen. Der kostet nur 5. Nö, ich baue den Grinder. 10 wollte ich auch bewahren für Powerarmor. Fische fahren soll ich zwischendurch auch immer. Sonst kommt das irgendwann mal so auf einen Schwung, da habe ich ein Problem. Allerdings sehe ich gerade nichts, was ich hier in der Nähe hätte. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich habe noch Lernfühlen. Das ist okay. Forschung steht still. Nicht ernsthaft. Ach, ich habe so ein Glück mit meinen Kisten setzen. Ich weiß nicht wirklich, was mit Glück zu tun hat, sondern einfach nur Pech, dass ich nicht drauf geachtet. Oder Unachtsamkeit dann wohl eher. So, so, du hättest gerne Muni. Und zwar jetzt die richtige, die MG-Munition. Fünf Stück. Gut. Das läuft also auch. Was nun? Ich muss warten, bis die Munition hergestellt wird. Ich muss warten, bis die hellblauen Träger hergestellt werden, wollte ich sagen. Aber das ist gar nicht der Fall. Hat sich schon ein wenig was gestaut. Das hebe ich mal kurz auf. Stopf die von Hand rein, damit die hier weiterarbeiten können. Nimm, nimm, nimm. So. 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 Ihr seid am Rödeln, das ist gut. Stromverbrauch ist machbar. Bau mal ein paar Fünfte. Und schnapp dir Chips. Da, ich hätte gerne Rotschips. Und grün Chips. So, noch mehr Lacken. Mhm, 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 mhm. Ist hier irgendwas ausgefallen? Steam-Engines laufen alle vier rein. Hier drüben laufen alle drei rein. Sonst hätte ich auch eben grad bei der Stromübersicht was gesehen, hm. Jetzt gucke ich mich mal so ein bisschen um. Die Sachen werden doch ganz gerne zerstört. Da blinkt ein Licht, das ist nicht so wichtig. Hier ist Wasser, da ist Wasser. Überall ist Wasser. Alles läuft. Nö, gut. Ich gucke mir Kohle. Radar-Slots sechs Stück. Ich muss bald neue Radarschlüsseln bauen, weil ich verbrauche so viel Strom. Das ist meh. Ich könnte die Anlage hier dazwischen bauen als Puffer. Also ich hier nochmal Strom zeige und dazwischen irgendwo mauern. Was soll ich hier meinetwegen noch einmal in Reihe mauern? So. Und drinnen dann Strom. Ist abgedeckt, ne? Ja, ist abgedeckt. Ist natürlich doof, wenn das wirklich alles vernichtet werden würde. Aber es ist nicht so doof wie Kisten voll mit irgendwelchem teuren Zeug. Ja. Und ich werde alles am Platz brauchen später. Bin ich mir ziemlich sicher. Also selbst wenn ich komplett nach Westen weiter und nach Osten weiter und so weiter, werde ich alles voll bappen mit entweder Fabriken oder komischen Steam-Engines, Solaranlagen oder sonstigen Gedöns. Alle am Fliegen. Sehr gut. Aperu fliegen. Was macht die Arbeiterschaft? Die Arbeiterschaft sagt, 47 Roboter haben nichts zu tun. Jetzt. Du kriegst keine Eisenplatten? Ah, stimmt. Die Eisenkisten. Deswegen arbeiten die nicht. Und du kriegst hier hinten mal die 11 Kohle, die ich habe. Könntest auch Kohle anfordern. Ja, fordere mal Kohle an. Du hättest gerne... Kohle 50 Stück. Ja, nicht weniger. Eisen ist hier unten, aber nicht im System. Das heißt, ich mache hier raus mal rote Kisten. Daraus mal rote Kisten. Auch wenn momentan hier kein Kupfer ankommt. Das wird ja alles vorher woanders langgeführt. Aber später, wenn die Schmelzanlage da ist, um die Erze und Pulver aus den Zügen weiterzuverarbeiten, dann landet das alles hier. Und wird dann von hier aus mit dem Roboter nach oben gebracht. Was rein vom Aufbau her doof ist, das bin ich mir jetzt bewusst. Weil die Schmelzanlage sollte eigentlich einigermaßen mittig sein in der Basis. Und drumherum dann die Fabriken. Und da drumherum dann Stromgenerierung. Und da drumherum dann Mauern und Türme und Mauern und Türme und Mauern und Türme. Das heißt, wenn ich das einigermaßen sinnvoll machen will, um die Flugwege der Roboter zu verkürzen, müsste ich eigentlich weiter nach Süden exportieren. Äh, expandieren. Oh, da wechsle ich die beiden Sachen. Müsste ich nach Süden expandieren, damit ich dann da noch Fabriken hinbauen kann. So, es werden Dinge zerstört. Und zwar Ärmchen, das ist okay. Vier Türme schießen, das ist auch okay. Und ich buche Munition für meine Präzisionskettlinge an. Ja, ist hier reingespawnt. Oder reingekrabbelt. Was echt doof ist. Also es ist doof, weil ich hier halt überall Gebäude habe. Warum können sie sich in die Gebäude sozusagen rausgraben? Ich hoffe, das kann ich später irgendwie verhindern. Nicht, dass die ganz starken Einheiten, also auch Hydralisten und Mutualisten und... Was gab's da noch? Was war alles? Brutalisten? Mutualisten waren diese großen Viecher. Und die sich auch in die Basis reingraben können. Aber ich denke, das können nur ein paar von denen. Also hier bei Hercoreo. Was wollte ich jetzt? Keine Batterien. Die Ärmchen sollten automatisch ersetzt werden. Ja. Ah, Munition für mein Präzisionsdingens. Könnte ich einfach vom Fließband klauen. Das mache ich glaube ich auch mal. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich irgendwo noch eine Kiste hätte dafür. Ein Magazin und Ramsch. Jo. Du bist gar nicht in der Reichweite von dem Robo-Partner. Nö. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Nimm die mal mit. Und das mal mit. Öff. Ja. Okay. Roboter haben nichts zu tun. Gerade richtig? Doch. Alle beschäftigt. Also Logistik-Bots. Schade. Sonst hätte ich einfach gesagt, okay, ich bastel mir jetzt noch ein Robo-Port. Pflanze den da hin. Was ich aber eigentlich immer machen sollte. Pflanze den da hin und lasse die ganzen Ramschkisten hier aussortieren, damit die alle ins System fliegen. No. Die müssen unbedingt schneller werden, Jungs. Viel, viel schneller. Hier ist die Beschneid-Promonie. Okay. Okay. Regulärer Angriff unten links. So. Hier geht das Eisen aus. Was ich hier oben zumindest. Oh genau, der Grinder. Den einen Grinder wollte ich setzen. Ich mache einfach hier eine kleine Umkehrungsstraße. Das ist der Brauchende für das Dampf. Und der Rest geht bitte da rum. Ja, das sieht's doof. Das sieht's sehr doof. Ich muss dafür sorgen, dass das alles nur auf die linke Seite kommt. Warte. So. So kommen die ganzen Ärzte von hier nur auf die linke Fließbandseite. Und die rechte Fließbandseite kann durchgehend belegt werden mit Flakes. Gut. Ja, du kommst gar nicht weiter hinterher. Das ist aber okay. So, also das wurde auch schon mal ein bisschen aufgepäppelt. Was ja auch ganz gut ist. So, Forschung. Du brauchst Lasergedöns. Und du brauchst, dass da 150, na gut, 100 habe ich schon auf die paar Forschungsdinger da verteilt. Das sollte okay sein. Cleaning Illyrium Dust. Illyrium Dust aus einem Illyrium. Hä? So dirty Illyrium Dust. Cleaning Illyrium Dust. Also so, man macht es erstmal und zerstampft es zu dem, also von Illyrium zu dirty Illyrium Dust. Dann verarbeitet man es mit Wasser und Schiffelsäure zusammen zu der Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit gießt man dann quasi wieder in Form, um Illyrium Dust zu bekommen. Und Illyrium Dust verarbeitet man weiter zu Kristallen. Und die Kristalle benutzt man, um die Power Source zu bauen. Und es gab noch diverse andere Rezepte, die auch Illyrium in der einen oder anderen Form brauchten zum Beispiel bessere Mauern da. Dann ein bisschen dreier, wenn man da oscillt. Ich zeige diesenров時 nach. Dann hörst du direkt. Dann hörst du direkt. Bis tip ej합. Und beim beginners retreat.